Ich heisse Cecil Brunner. Ich komme aus Weyern aus der Schweiz. Meine Tochter, mein Sohn und mein Mann waren schon da. Sie waren sehr zufrieden. Darum habe ich mich auch entschieden, jetzt mit meiner Tochter hier zu sein. Ich habe schon seit der 5. Klasse gebrüllen und seit 18 immer Linse getragen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich wage den Schritt auch, um meine Augen lasern zu lassen. Wir sind sehr freundlich empfangen worden am Flughafen. Und der Service ist wirklich zuvor gekommen. Bei E-Star ist auch die ganze Erklärung. Und alles zusammen ist familiär, ist sehr angenehm. Und mit dem Laser, das ist eigentlich eine easy Sache. Eigentlich nicht weh, wie bei meinen Optikern, wenn wir etwas untersuchen, also schauen, wie das Auge ist. Genau, weil es jetzt schlussendlich positiv ist. In der Mitte und alles sehe ich perfekt. Man kann insiniert am Morgen. Jetzt muss ich einfach schauen, wie es denn noch auf die Nähe ist. Weil in meinem Alter, über 50 ist ja das ein bisschen das Problem, wenn man die Alterssichtigkeit auf einen Nenner bringt. Und das geht jetzt noch ein bisschen, bis man das genau sehen kann. Aber sonst bin ich sehr zufrieden. Ja.